Ansage an die Militante Veganerin Okay, mal gucken, was da für eine Ansage gemacht wurde Jetzt, äh, zur Militanten Veganerin Was ist da passiert? Was für Bilder und Videos wurden mir da in die Timeline gespült? Ich hab da Dinge gesehen, auf die ich keinen Einfluss nehmen konnte Hä? Geht wahrscheinlich um die Onlyfans, äh? Weil ich's nicht glauben konnte Halten wir fest, die militante Veganerin hat vor ein paar Tagen Sehr zurückhaltende Situation, da wurde mir was in die Timeline gespült, da hatte ich keinen Einfluss drauf Die Fans Account eröffnet Und triggert da nicht nur an, sondern die geht gleich in die Vollen Wie, sie geht gleich in die Vollen? Achso, sie geht voll rein Die zieht gleich richtig durch Okay Also nicht hier so ein bisschen mit nur Unterwäsche zeigen, sondern Die nimmt sich gleich Und steh Man könnte sagen, es ist Fleischbeschauung Es ist nicht nur Fleischbeschauung, sondern es ist auch Es ist auch, ne? Gucken Also mehr als gucken Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon drüber reden kann oder ob ich nochmal eine Woche das Ganze verarbeiten muss Boah, Tanzverbot scheint traumatisiert zu sein Also viele Leute scheinen allgemein wegen der Situation traumatisiert zu sein Viele Leute auch gar nicht auf, gar nicht klargekommen Dass jemand, der alles für Aufmerksamkeit tut Wirklich alles für Aufmerksamkeit tut Gar nicht damit gerechnet Hä? Wie kann es denn sein, dass die jegliche Prinzipien über Bord wirft und sagt Ich muss jetzt mich unbedingt Also, das kann ja wohl Wer hätte das gedacht? Huch Pikachu, surprise Pikachu-Face Überall Rechts und links Surprise Pikachu-Faces Aber das lässt uns natürlich immer mehr erahnen, wo der Ursprung ihres Interesses überhaupt besteht Also ich bin ja schon seit Wochen der Meinung, dass ihre Ausschreitungen, das was sie im Internet tut Dass es oftmals nichts mehr mit dem zu tun hat, wofür sie eigentlich einstehen will Sondern nur noch ihrer eigenen Popularität dienen soll Damit sie irgendwie sich damit selbstständig machen kann Also, mehr und mehr schafft die vegane, äh, vegane Militante Fans, äh, Userin es Mir das Gefühl zu geben, dass ich denke, dass sie das nicht mehr tut Weil sie irgendwie Menschen auf eine andere Richtung bringen möchte Wovon ich mittlerweile ausgehe, dass sie eh nie daran interessiert war Weil das ist keine blöde Frau Ich glaube, das ist eine sehr intelligente Frau Die sehr genau weiß, wie ihre Art und Weise ankommt Die polarisiert nämlich nur, aber nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne Man kann nicht positiv polarisieren Also es gibt keine positive Polarisierung, es gibt nur negative Polarisierung Maße ich mir an zu sagen Leute schicken sich das hin und her Ey, guck mal, da die eine, die keift die Leute bei Burger King an Oh, da ist ein Unterhose auf den öffentlichen Straßen und protestiert da Aber keiner nimmt das an So, ich denke, ich bin Ich würde Real talk Wenn, ich kann, ich bin, ich bin der Meinung Wenn man jetzt genau darüber nachdenkt Hat sie nicht eine einzige Person Nicht eine einzige Person würde die überredet haben Ah, ja, ich wünschte, das wäre so Weil das dafür sprechen würde, dass die Art und Weise, wie das funktioniert Äh, wie das gemacht wird, nicht funktioniert Aber sie wird leider Leute überzeugt haben Und der Grund, warum ich leider sage, ist nicht, weil ich glaube Dass es nicht schlecht ist, Leute zu überzeugen Sondern da, dass ich glaube, dass das nicht im Verhältnis zu dem steht Was da eigentlich veranstaltet wurde Ähm, die, diese ganzen Videos sind so krank viral gegangen Dass sich jeder und seine Mutter, mir inklusive Durchaus, durchaus mal dazu geäußert hat Aber die Art und Weise hat halt eher schon Einen, einen Abrieb entstehen lassen Einen so erheblichen Abrieb Dass Apo Red und Leon Machère gesagt haben Du kannst nicht für Veganismus sein Wenn du nicht aufhörst, Bahn zu fahren So, und das ist so Ich weiß nicht, ob das gut ist für die Bewegung Wenn sie solche Argumente entstehen lässt Weißt du? Also wenn so unterkomplexe Serien-YouTuber auf dich zukommen und sagen Du erzählst mir was von vegan sein Aber du fährst selber mit der Bahn Und tötest Insekten So, und das kommt Was dann zukommt, ist noch die Tatsache Wie sie sich mit ihrem Oder wie sie sich positioniert hat Im Rahmen dieses veganen Discords Wo rechtsextreme und menschenfeindliche Positionen Einfach auch stattfinden konnten Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht Grüße gehen raus an Tilted Floste Der da mal ein sehr umfangreiches Video gemacht hat Und das aufgearbeitet hat Unter Umständen kann man das ja mal verlinken Und das war halt einfach der Wie sagt man, das Ende vom Lied Vegan Dreamland hat jede gelegentliche Kredibilität Bei Leuten genommen, bei denen es darauf ankommt Dass du Kredibilität hast Und die wird überzeugen Das ist offensichtlich nur noch Polarisierung der Aufmerksamkeit wegen Und das ist halt einfach Also es ist halt einfach Es ist halt einfach Schmutz Es ist einfach wirklich Schmutz Am Ende des Tages ist das traurige Highlight Nicht nur Vegan Dreamland Sondern die Aussage, dass sie Dass sie Veganerin Dass es okay ist Carnivore Tiere zu töten Oder dass das dann Dass das da schwierig ist Die zu verteidigen Weil sie Weil die carnivoren Tiere ja auch Tiere töten Und da hört Tierschutz dann irgendwo bei sie auf Und dann denkst du so Bruder Also da muss ich aber auch direkt weg Weil das dieselbe Argumentationsgrundlage ist Die man anbringt bei dem dummen Argument Ihr gegenüber mit den Insekten So dieses allumfassende Du kannst nur Tierschutz betreiben Wenn du dich selbst umbringst Das Argument ist so Oh mein Gott ist das ermüdend Oh Gottes Willen Ich kann mir nicht vorstellen Dass eine einzige Person Die vorher gerne Fleisch gegessen hat Durch ihre herzergreifenden Videos Das Gefühl bekommen hat Oh ja Ich kann es mir vorstellen glaube ich Also es wird schon irgendwen Du findest immer irgendwen Irgendjemand wird ein Video machen Wo er gesagt hat Sie hat mich davon überzeugt Das ist Es wird immer irgendwen geben Genau wie es irgendwo Irgendeine verlorene Seelen In irgendeinem Keller gibt Die sagt Also die ganzen Gambling Streamer Die haben mir auf jeden Fall dabei geholfen Aufzuhören mit Glücksspielen Weil jetzt gucke ich nur noch Gambling Streams Und spiele nicht selber Irgendwo gibt es diese verlorenen Seelen Aber das ist halt keine Evidenz dafür Dass das erfolgreich ist Oder dass das sinnvoll ist Was da gemacht wird Oh mein Gott Noch nie hat jemand so tiefgründig Auf mich eingeredet Ich muss unbedingt was ändern Alles in allem Ging es ihr einfach Und als ich allein In diesen ganzen Mit diesen ganzen Sch*** Den sie gemacht hat Diese ganzen polarisierenden Elemente Die sie ins Internet gehauen hat Was sie gemacht hat Es ging ihr nur darum Die Reichweite um sich herum aufzubauen Um jetzt letztendlich Zu enden Bei Die Fans Womit sie jetzt schön Fett Asche macht Weil sie da tausende Likes bekommt Und tausende Likes bedeuten Auch viele Leute haben da abonniert Und ich find das sowas von lächerlich Und ich find das sowas von eklig Und das ist jetzt hier Das ist eine öffentliche Ansage Und ich will Ja Ja Ich Das Problem bei Onlyfans Ist jetzt halt Du bewegst dich auf so einer Auf so einer Oh Gott Dieses Problem Dieses Problem Onlyfans Kritik Ich glaube Ich behaupte Bei Kritik Bezüglich Sexwork Und Onlyfans Muss man sehr wohl Aufpassen Wie man Dinge sagt Und was man sagt Weil das die Grau Der Graubereich Zur Mysogenie Ist Mysogenie So Frauenfeindlichkeit halt Wenn Frauen Sich freiwillig dazu entscheiden Eine Plattform Wie Onlyfans Zu benutzen Um ihren Körper Eigenständig Freiwillig Zu monetarisieren Dann Ist Das Vollkommen Okay Punkt Nächster Punkt Wenn Frauen Die das machen Allerdings davon sprechen Dass das der Heilige Gral Der Sexarbeit ist Und außer Acht lassen Wie sehr Sexwork Doch eigentlich mit Kriminellen Strukturen Menschenhandel Sklavenarbeit Gewalt Zusammenhängt Und das damit Relativieren Dann ist das eine Ganz andere Sache Man muss da sehr Ausgewogen Und sehr differenzierte Ansichten haben Damit man nicht In diese Argumentativen Fallen läuft Weil Das durchaus sein kann Dass man Valide Kritikpunkte hat Die aber so Ungünstig Ausdrückt Damit man Ganz am Ende Irgendwen auf den Plan Ruft Der halt sagt Du willst also Frauen sagen Was sie tun sollen Du Imperialistisches Patriarchatenschwein Weißt du Dann kommt dann Irgendwer Mit Weiß ich nicht was Und gibt dir Diese Und das einfach nur Weil du nicht Vorsichtig genug bist In der Argumentation Oder in der In der Art und Weise Wie du es sagst Und auch das ist Eigentlich schon Beschissen Also es ist wirklich Beschissen Weil ganz am Ende Ich glaube nicht Dass es unironisch Leute gibt Die Jung sind Oder Im Hier und Jetzt Aufwachen Die dagegen Wo es dagegen Die dagegen sind Dass Leute auf Onlyfans Ihre Accounts machen Ich glaube Grundsätzlich sind viele Ist das vielen egal Weil viele es auch Konsumieren Aber was viele Unter Umständen Sagen wollen Was sie aber nicht Sagen können Weil sie nicht In der Lage Dazu sind Das richtig Zu differenzieren Ist dass die Relativierung Von Sexarbeit Wirklich eine Komische Sache ist Und dieses You go girl You go girl Sex work Let's go Ist so ein bisschen Komisch Besonders im Angesichts der Realität Die unendlich Oft dokumentiert Wird Von Menschen Die sich In Sexarbeit Auf der Straße Bewähren müssen Ich will Dieses Geld Muss Dieses Geld Was sie mit Onlyfans Verdient Das muss 100% An Tierschutzorganisationen Gespendet werden Ich will diesen Beleg Sehen Ich will Dass sie von Onlyfans Keine Ahnung 50.000 Euro Bekommt Und diese 50.000 Euro An eine gemeinnützige Organisation Des Tierwohls Spendet Aber warum Willst du das Sonst kann ich Die nicht Ernst nehmen Ja die Erwartungshaltung Ist Ich verstehe Auf einer Seite Die Erwartungshaltung Aber die ist ein bisschen Weit Weil Jetzt Gehen wir mal wieder Zurück zu dem Argument Du kannst nur für Tierschutz sein Wenn du stirbst Also das ist nicht Das was hier gesagt wird Sondern es geht hier darum Dass die Jegliche Bemühung In der öffentlichen Reichweite Irgendwas zu tun Wenn es nicht Dafür eingesetzt wird Wofür man ursprünglich Gestanden hat Dass man sofort Jegliche Kredibilität Verliert Und das ist ein Vorwurf der nicht Ganz haltbar ist Es ist aber auch Ein selbsterzeugter Vorwurf Also sie hat sich Das auch leider Ein bisschen Selbst zuzuschreiben Weil sie halt Diese Radikalität An den Tag legt Wir reden hier nicht Von jemandem Der in Wortgefechten Dazu neigt Zu sagen Dass Menschen Die kein Fleisch essen Das unbedingt tun soll Die Fleisch essen Unbedingt aufhören sollten Fleisch zu essen Wir reden hier von jemanden Die in mehreren Unzähligen Interviews Videos Zu Holocaust Relativierenden Aussagen Tendiert Und damit Leid Mit Leid Vergleicht Und damit Extreme Argumentstrukturen Aufweist Und sich Immer wieder Mit diesen Wenn du Tiere Ist Dann bist du Für Vergewaltigung Wenn du Tiere Bist Dann ist das ja Wieder Holocaust So diese Sachen Sagt sie Unironisch Und mit diesen Argumenten Bewegt sie sich In einer sehr Radikalen Art und Weise Das zu Zu vergleichen Und ich Verurteile das Aufs Schärfste Und jetzt Kriegt sie die Quittung dafür Weil Wenn sie nicht All in geht Das ist ja der Anspruch Wenn sie nicht 120% Gibt Dann wird ihr das Permanent Vorgeworfen Das heißt Daher Kommt Die Idee Dass man ihr Vorwürfen könnte Auch wenn ich kein Fan Davon bin Ja wenn du das Nicht benutzt Für Tierschutz Dann kann ich Dir nicht mehr glauben Ja gut Ja gut Digga Das ist halt Es ist halt einfach Komm ich einfach nicht Es ist verloren Das ist die Argumentations Die Argumentation Das ist das Problem Dahinter Es ist verloren Jetzt Jetzt bist du So radikal geworden Und so extrem Dass es kaum mehr Eine Kaum mehr Eine Vervielfältigung gibt Es gibt kaum mehr Etwas was du Toppen kannst Ja und jetzt Jetzt wird es als Waffe Gegen dich benutzt Könnte man Fast sagen Ich kann die nicht ernst nehmen Wenn sie das Geld Für sich nimmt Warum sollte sie Weil sie dadurch Groß geworden ist Weil sie Weil sie tut Als ob ihr Lebensinhalt Daraus besteht Tiere zu schützen Und da braucht ihr Nicht dämlich Hä in den Chat schreiben Diese Frau Ist dadurch bekannt geworden Das geht nicht Alles Alles was sich um sie herum Aufgebaut hat Von den ersten Videos Die entstanden sind Wo sie irgendwelche Fremden Leute belästigt hat Und als Verteidiger dargestellt hat Bis hin zu diesen ganzen Streams Wo sie eigentlich Jeden Streamer einmal erwähnt hat Und sich über ihn lustig gemacht hat Diese ganzen verbalen Eskalationen Wo sie immer In einer Art und Weise Geredet hat Wo sie keiner ernst nehmen kann Womit sie das ganze Womit sie den ganzen Thema Nur geschadet hat Sie hat diesen ganzen Thema Nur geschadet Und kein bisschen dazu beigetragen Dass irgendwer Veganismus Mehr Das irgendwie ernster nimmt Auch da widerspreche ich Zum Teil Ich glaube Dass jetzt das eintritt Was er sagt Jetzt ist der Punkt gekommen An dem Leute Die schlau genug sind Zu verstehen Was da getan wurde Was da gesagt wurde Und wie es getan wurde Vor allen Dingen Also wie das ganze Aufbewahrt wurde Dass da niemand mehr Wirklich hinter steht Und das als Aktivistische Maßnahme sieht Um für etwas einzutreten Was richtig und wichtig ist Zum Anfang hin Ist das aber Unter Umständen Noch anders gewesen Also ich glaube Ganz am Anfang Kann man schon sagen Sie wird Mit ihren Methoden Sicher Den einen oder anderen Davon überzeugt haben Den Lebensstil Eventuell zu ändern Aber das wird nicht ausreichen Um den Schaden Der angerichtet wurde Im Umgang mit diesem Thema Und dieser radikal Radikalen Herangehensweise Relativierenden Herangehensweise Von Verbrechen der Menschheit Das steht nicht Im Verhältnis zu dem Also wirklich nicht Es steht einfach Nicht im Verhältnis dazu Und jetzt sind wir An dem Punkt An dem sich ziemlich Also ich bin mir Ziemlich sicher Und das ist das Einzige Was zählt jetzt Im Augenblick erstmal Also meine Perspektive Ich bin mir ziemlich sicher Dass es da ausschließlich Um Selbstdarstellung geht Und dass diese aktivistischen Themen Gerade weil sie so polarisierend sind Besonders radikal behandelt wurden Weil das Aufmerksamkeit Und Reichweite für eine Person bringt Nicht für das Thema Hier geht es ausschließlich Um eine persönliche Bereicherung Und das kann Das ist das was ich sehe Und das ist das wovon ich überzeugt bin Zum jetzigen Zeitpunkt Dieses Thema hat eh schon so seine Schwierigkeiten Weil immer dieser Extremismus Da mit rein mischt Das ist ein wichtiges Thema Und das sollte behandelt werden Von Menschen Die das ernst meinen Und nicht von Leuten Die sich daran bereichern wollen Um irgendwann Fan zu machen Um damit schön viel Geld zu verdienen Sie muss Meiner Meinung nach Meiner Meinung nach Müsste sie sehr 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 viel Geld Von dem was sie jetzt verdient Durch ihre öffentliche Präsenz Die sich nur darin gründet Dass sie Oder die sich nur dadurch aufgebaut hat Dass sie Dass sie Veganistisch ist Gibt es Veganistisch als Wort? Ich google das jetzt Gibt es nicht oder? Doch Es gibt Veganistisch als Wort Yeah Random irgendein Doch Es gibt es Mit ihrem extremistischen Veganen Verhalten Dadurch hat sich ihre Reichweite aufgebaut Und wenn sie das Fans Ding Jetzt komplett für sich Verwenden würde Sorry Dann ist der Glauben komplett weg Wenn sie das Geld spenden würde Wenn sie sehr viel Geld davon Für Für Tierschutzorganisationen Spenden würden Damit Tiere Freigelassen werden Oder Oder für Tierheime Oder irgendwas anderes Ich würde es verstehen Ich würde es nicht Ich würde es doch geil finden Wenn sie mit ihrem Körper Geld verdient Was ja Dagegen habe ich nichts Man Jeder soll Fans machen Juckt mich doch nicht Ist doch Egal So wenn Männer Wenn Nicht blöd Wenn Männer Bock darauf haben Und dafür Geld zahlen Ist doch Ist doch ihre Sache Jeder soll machen was er will Das juckt mich nicht Es geht mir einfach Einzig und allein darum Dass sie Dass sie dadurch groß geworden ist Und jetzt eine Menge Geld Jetzt eine Menge Geld Damit verdient Und ich will jetzt aber auch Rein monetär sehen Dass sie auch so In der Hinsicht noch Interessiert An dem Tierwohl An den Tieren Auf der Welt ist Ja Es gibt ja auch Aufarbeitungen Ich glaube da beziehe ich mich Jetzt auch immer auf Tilted Floste Ich glaube da habe ich das gesehen Ich bin mir auch nicht sicher Da gibt es ja auch Aufarbeitungen Die zeigen Dass sie vorher In der österreichischen Variante Von Hülle der Löwen Versucht hat Geld zu fanden Und so Es ist schon Ziemlich Offensichtlich Dass es da eigentlich Ganz am Ende Nur irgendwie Um die eigene Bereicherung geht Und nicht um irgendwas Das idealistisch Im Vordergrund steht Zumindest Zum jetzigen Zeitpunkt Finde ich es ziemlich offensichtlich Vielleicht wird sich das Noch mal ändern Ich glaube jetzt nicht Onlyfans zerstört Kinder Männer und Frauen Das glaube ich nicht Onlyfans kann Kinder Nicht zerstören Weil Kinder keine Kreditkarten haben Onlyfans kann keine Männer zerstören Weil Männer Volljährig sind Und eigenständige Entscheidungen Tröffen können Was sie mit ihrem Geld machen Und was nicht Ich finde ich verstehe Die Bevormundung In diesem Zusammenhang nicht Wenn es um etwas geht Was so harmlos ist Wie Videos und Bilder Und was mit Frauen passiert Das kann ich auch nicht nachvollziehen Das klingt eher nach einer konservativen Sehr sehr zurückgebliebenen Idee Wie kannst du dir sicher sein Dass der Aktivismus Nicht ernst gemeint ist? Wie gesagt Ich bin mir sehr sicher Dass er nicht ernst gemeint ist Oder zum Teil Ein inszeniertes Eine inszenierte Idee Die dazu dient Ihre persönliche Bereicherung zu schaffen Und Reichweite Und Aufmerksamkeit Und das maße ich mir an Zu definieren Anhand der Menge An Interviews Konfrontationen Aufarbeitung Discord Nachrichten Allem was darum steht Einfließen zu lassen Um diese Meinung zu bilden Ich maße mir das an Weil ich sehr viel Content dazu gesehen habe Um mir diese Meinung zu bilden Wenn es jemanden Darum gehen würde Oder wenn es ihr Tatsächlich primär Darum geben würde Das übergeordnet Als Idee zu stellen Würde weniger Selbstdarstellung dazu Stattfinden Was es aber nicht tut Also ich bin Zum jetzigen Zeitpunkt Glaube ich nicht Das ist halt ein Mittel zum Zweck Und Tanzverbot hat recht Ich glaube die Frau Ist sehr sehr schlau Und hat sich Verona Poth mäßig Zu einer Karriere Polarisiert Und nicht nur aus Polarisierenden Eigennützigen Zwecken Weil das werfe ich ihr vor Sie macht immer Auf mega seriös Wo? Wo hat sie einmal Auf mega seriös gemacht? Lol Und ich bin gespannt Wohin das läuft Ich bin Realtalk gespannt In welche Richtung In welche Richtung Sich das drehen wird Und ich bin gespannt Ob sie Geld spenden wird Weil wenn sie das Nicht tun würde Dann würde ich das Würde ich das Verwerflich finden Bringt dem Veganismus Doch Aufmerksamkeit Was bringt es an Irgendwie einen Flyer Zu verteilen Wenn man das Internet Und einen Kanäle Als Plattform nutzen kann Hier geht es aber Nicht mehr um Veganismus Hier geht es um Die Selbstdarstellung Der militanten Veganerin Es geht also nicht mehr Um den Lebensstil Den man hat Sondern es geht darum Den Namen militante Veganerin Zu kennen Und nicht um selber Davon zu überzeugt sein Deinen Lebensstil umzustellen Sondern den Namen zu kennen Es geht nicht um Veganismus Das ist eine fälschliche Interpretation In dieser Situation Es geht nicht mehr Nicht mehr vorrangig darum Seinen Lebensstil umzukrempeln Und richtige Ideen Und wichtige Ideen zu haben Sondern es geht darum Dass du ihr Onlyfans abonnierst Da geht es um Einen Markennamen Da geht es einfach um Brand Also Reichweite für die Brand Nicht für die Aktion Und das ist so offensichtlich Dass ich irritiert bin Dass das so wenige Leute sehen Oder dass es noch nicht alle sehen Also es ist Okay Das ist ja auch in Ordnung Aber man muss auch sagen Hey Es geht um die Brand Es geht nicht darum Vegan zu werden Es geht um die Brand Und ganz am Anfang Hat man das in Frage gestellt Und für mich ist es jetzt offensichtlich Und das kann man auch echt Relativ gut Sehen Also Überraschend gut Tatsächlich Besonders wenn man ihre Menschenfeindliche Positionen Aus dem Discord kennt Und ihre tierfeindlichen Positionen Aus dem Discord Ich zitiere Wenn du ein Karnivores Tier hast Musst du das anders behandeln Als ein Tier Das kein Fleisch frisst Und Dass du Tiere Die Karnivor sind Nicht retten solltest Oder dass Transmenschen Ihre Identität Abgesprochen wird Das sind Menschenfeindliche Positionen Die von ihr Verargumentiert werden Und beides Spricht jetzt nicht dafür Dass man sich sowohl Für Tieraktivismus einsetzt Als auch allgemein Auf dem Grundsatz Einer demokratischen Idee Von Menschen Oder Menschenverständnis Da geht es halt Um Selbstdarstellung Und sie kann Leuten Relativ gut Weismachen Dass das in irgendeiner Form Nicht das Problem ist Ich weiß nicht wieso Das nicht das Problem ist Aber für mich Ist das auf jeden Fall Ein Ausschluss Dass es dem Aktivismus Und dem Veganismus Nicht gut tut Da sind wir uns glaube ich Alle einig Ich glaube hier ist Keiner der Meinung Dass das was sie tut Gut ist Tanzverbot ist halt Genauso groß geworden Ne Tanzverbot hat Ansagen An andere große YouTuber Gemacht und gesagt Dass die doof sind Aber er hat nicht Er hat nicht Er hat nicht Eine Nachricht genutzt Die für etwas Gutes steht Die wichtig und richtig ist Um sie zu instrumentalisieren Um sich selbst damit darzustellen Das ist also nicht korrekt Wie kann man das vergleichen? Dasselbe Und das identisch gleiche Wäre es Wenn Tanzverbot sich hingestellt hätte Und gesagt hätte Verbrennermotoren gehören Unbedingt abgeschafft Und jeder der In Verbrennerauto steht Kriegt von mir Eine Ansage auf YouTube So Beispielsweise Nur als Beispiel Das hat aber Das hätte polarisiert Alter Damit hätte man Leuten Richtig aufgeregt Am Ende des Tages Ist das natürlich nicht passiert Der hat polarisierende Videos Gegen YouTuber gemacht Ohne jeglichen Grund Und hat einfach gesagt Wie er die findet Das hat aber nichts mit Das ist polarisierend Hat aber ganz Ganz und gar nichts Mit der Thematik Rund um die militante Veganerin zu tun Und es ist eine schade Und es ist eine merkwürdige Relativierung Besonders wenn man sieht Wie seine Entwicklung Jetzt ist Aber Tanzverbot hat Genauso angefangen Das verstehe ich nicht Weil Extremismus Das Egal Genau Es gibt keine Es gab nie eine moralische Komponente bei Tanzverbot Als Instrument Das benutzt wurde In der Form Wie es logischerweise Von der militanten Veganerin benutzt wird Was für ein Bereich Der vorhanden ist Der führt nie zu dem Was es soll Oder was er verursachen möchte Oder was Menschen Und genau Tanzverbot hat ganz besonders Nie den Holocaust relativiert Tja Für sich bezwecken wollen Das Ding ist so Erreicht man jemanden Ja Was macht er denn gerade Den Moralapostel spielen Ich find's voll schade Das Weißt du Der Standard von Influencern Ist so low Dass jede Form von Moral Sofort eine künstliche Moralinszenierung ist Du bist so verbrannt Von Influencern Sense ist da Das ist so krass Und so traurig Ich hab Mitleid mit dir Und ich verstehe das sogar Du bist so verbrannt Von dem Abschaum Von allen möglichen Influencern Die Gambling betreiben Glücksspiel auf allen möglichen Formen Die Kein Werten mehr vermitten Die nichts mehr tun Du bist so verbrannt Dass jede Form Von Jede Form von Moral Egal was sie ist Töte keine Menschen Alter du bist doch Ein ganz schöner Moralapostel Bruder Das ist halt so schade So schade Es gibt so viele Leute Die so verbrannt sind Weißt du Es ist eine Form Von parasozialer Identität Weil sie ihren Lieblingsstreamer Schon so oft Und so lange zusehen Dass sie mittlerweile Freunde glauben Zu sein Irgendwie Aber Auf der anderen Seite Ist es auch echt traurig Bei den normalsten Wirklich Bei den normalsten Werten So Hey Glücksspiel ist voll bescheuert Oh das ist doch ganz schöner Moralapostel Hä Ähm Ja die Instrumentalisierung Ist aber ganz schön Ah ja ganz schöner Bruder Wenn ihr wüsstet Das ist so Ich sehe das natürlich Jeden Tag Bei mir ist es Bei mir ist es Ist ein anderes Level Ich sehe das natürlich Jeden Tag Weil ich als Jemand der Dinge gut Oder schlecht findet Und sie Verargumentieren kann Weil er seinen eigenen Wertekatalog anspricht Da kommen irgendwie Immer Leute Die sagen Ja aber Das ist ja ein Moralapostel Und ich denke mir Bruder Ich denke mir Oft wenn ich das sehe Habe ich Außergewöhnliche Moralische Standards Also Habe ich In meiner Existenz Außergewöhnlich Moralische Standards Und Jedes Mal wenn ich Darüber nachdenke Denke Nee eigentlich nicht Alter Also Das ist doch nichts Besonderes Aber die Tatsache Und da wird es Sehr interessant Die Tatsache Dass die Szene So abgef***t ist Und so Unterirdisch Macht es zu was Besonderem Und dann kommt jemand Der Dinge sagt Wie Tansi Oder jetzt auf mich Bezogen Mit einem relativ Gemäßigten Mit gemäßigten Position Ich nehme das Video Mal raus Aber beispielsweise Gambling ist schlecht So dann gibt es Tatsächlich Leute Die diese Argumentation Bringen Und du denkst dir so Das liegt nicht daran Dass du außergewöhnlich Moralisch Ein Virtue Signaling machst Also dass du dich Irgendwo hinstellst Und sagst Aber das ist jetzt Ganz schön doof Nee Das liegt einfach nur daran Dass es unterirdische Standards Gibt Die so verbreitet sind Bei Leuten Die eine Zielgruppe haben Die das einfach auffressen Und sagen Schmeckt nach Kuchen Ist aber Sch*** Aber dann ist doch Ich hab doch gesagt Ist es doch ein schlauer Weg Durch 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 Aufheilende Inhalte Attraktivität Auf die Person zu lenken Aber wenn Wenn man dann Gefühlt an dem Höhepunkt Seiner Aufmerksamkeit ist Warum nutzt man denn nicht Diese Aufmerksamkeit Und zeigt Dass man es ernst meint Und wird dann normal Weil die ist nicht blöd Hab ein paar mehr Jahre Lebenserfahrung Als du mein Freund Bist du über 44 Jahre alt? Däger Krank Aber Ich finde sehr gut Wie du die Themen wechselst Oder die Relativierungsform Ist kein Problem Das Problem Was du hast Ist Du glaubst Dass jede Form Von Provokation Ein erfolgreich Ein Erfolg ist Okay Alles klar Ich glaub das nicht Ich glaube nicht Dass jede Art Von Provokation Eine erfolgreiche Gegenreaktion hat Ich glaube das nicht Und ich glaube auch nicht Dass Das auf lange Sicht Eine gute Idee ist Aber ich muss Was ich zugestehen muss Mir gucken eine Menge Alte Leute zu Aber es ist so ein bisschen Das ist so ein bisschen Der Dialog Den man hat So von wegen Du musst den alten Gegenüber mal ein bisschen Respekt zeigen Bisschen Respekt Du bist halt ziemlich Narzisstisch unterwegs Und lässt halt Keine andere Meinung zu Hä Du hast in dem Kommentar Vorher geschrieben Dass du alt bist Mehr Lebenserfahrung hast Und dass deine Meinung Richtig ist Du hast eben Das ist unironisch Das ich meine Okay Du hast legit Vor einer Sekunde geschrieben Hab ein paar Mal Jahre Lebenserfahrung Als du mein Freund Und bin sicher Kein Dauerkonsument Von Streamern Okay Dass sie provoziert Ist ihr gutes Recht Sonst würde ja keiner Drüberstehen Und das Thema Nicht so sehr Im Mittelpunkt stehen Klingt für mich Ziemlich so Als würdest du versuchen Durch das Altersargument Deiner Meinung Ein bisschen mehr Position zu geben Und das Ist halt genau das Was du mir vorwürfst Nämlich die Tatsache Dass du glaubst Deine Meinung ist richtig Und meine ist falsch Was ja okay ist Du kannst ja anderer Meinung sein Ich verargumentiere Nur wieso Deine Argumentation Ist zu sagen Ich bin alt Aber vielleicht bist du Körperlich alt Geistig bist du auf jeden Fall Noch auf dem Level Eines 20-Jährigen Was man hier sehr gut sieht Ich glaube das ist Eine super intelligente Frau Das will ich ihr gar nicht sagen Ich glaub nur Dass ihre Absichten Ich vertrau nur Ihren Absichten nicht Ja Leute Ihr müsst mir jetzt hier Nicht auf Ich bin Insider Ich weiß alles über sie Bruder Ich hab dieses Faktastisch Video Von ihr auch geguckt Oder dieses Wissenswert Ihr tut so Als ob ihr zum engeren Circle Ihrer Ihrer Freundschaft Gehört Digga Kriegt euch mal ein Jetzt hier mit Diese auch Millionärin Und sowas Und wusstest du Dass sie Ärztin ist Kriegt euch mal ein Das Video hat eine Million Aufrufe Ich bin Fleischesser Aber ich muss zugeben Dass vegan die Nahrung In der Zukunft ist Ey An mir soll es nicht liegen Mir ist es doch egal Ich esse gerne Fleisch Aber wenn mir eine Alternative Geboten wird Die ich akzeptiere Die Warum nicht Das ist ja nicht so Dass ich auf Biegen und Brechen Unbedingt Tiere töten will Um sie zu essen Darum geht es mir ja gar nicht Aber ich will Wir müssen jetzt nicht Das soll nicht mein Themengebiet sein Das ist nicht der Punkt Über den ich mich aufregen will Das ist schade Theoretisch sollte sich jeder Über diesen Punkt aufregen Die Tatsache Dass wir jetzt Ein IPCC-Synthesebericht Vorliegen haben Den jeder ignoriert Und die Realität ist Dass eine kapitalistisch Eine geldgetriebene Demokratie Nicht dazu in der Lage ist Die erfordernden Schritte einzuleiten Um die Menschheit Vor ihrem selbstzerstörerischen Akt Zu retten Denn hier geht es nicht Um den Planeten Hier geht es darum Die Menschheit vor sich selbst Zu beschützen Mein Alter habe ich erwähnt Weil du gerne von Leuten Von oben herab behandelst Aber ich behandle doch Leute Von oben herab Ob sie alt sind oder jung Das spielt keine Rolle Du musst nicht sagen Dass du alt bist Nur um von mir Nicht von oben herab behandelt zu werden Ich behandle dich auch So von oben herab Das ist nicht Also es spielt keine Rolle In diesem Zusammenhang Was hast du noch Dummes geschrieben? Und keine anderen Meinungen Akzeptierst Außer sie haben mehr Reichweite Als du Darum bin ich auch immer Einer Meinung mit Monte Hä? Das ist natürlich auch sehr dumm Also natürlich ist das blöd Ansonsten würde ich doch Bei beispielsweise Monte Da sitzen und sagen Hey Ich finde es voll gut Dass du so viel Gambling machst Und mein Gott Das macht ja mal richtig viel Sinn Ähm Das ist natürlich nicht schlau Ansonsten habe ich nicht mit mehr Viel Also ich habe nicht mit viel Leuten zu tun Die mehr Reichweite haben Als ich tatsächlich Ich weiß das würde hier wieder komplett eskalieren Vielleicht soll das nur auf die Lebenssituation der Nacktschnecken aufmerksam machen Ja Denn täglich werden ungefähr 11.500 Nacktschnecken auf Autobahnen überfahren Das darf nicht sein Wie gesagt Also die Fans Ob das jetzt eine Frau macht oder nicht Das ist mir scheißegal Das soll sie machen Das soll sie machen Das ist doch cool So Wenn sie damit Geld verdienen kann Und Männer Bock da drauf haben Und das bezahlen Dann ist das halt so Dafür muss ich sie doch nicht verurteilen Weißt du was ich meine? Digga Wenn ich jetzt einen Fans Account mache Und damit wie diese eine da In zwei Tagen anderthalb Millionen mache Bro Ist mir doch scheißegal Ob mich irgendwer nackt sieht Es geht einfach nur darum Was man denn daraus macht Und woher das kommt Wie gesagt Ich würde mir sehr Ich würde mir Ich würde mir sehr wünschen Dass man denn auch sieht Dass sie das Geld auch für Für diesen Zweck nutzt Oder auf jeden Fall Einen großen Teil dieses Geldes Dafür nutzt Um der Situation zu helfen Indem sie es einfach Irgendwelchen Organisationen spendet Da würde ich mich freuen drüber So Aber ich kann mir sehr vorstellen Dass das auf jeden Fall Nicht passieren wird Am Ende des Tages Am Ende des Tages Ist es meiner Ansicht nach Eine Selbstinszenierungsmethode Ich glaube nicht Dass man ihr vorschreiben kann Wofür sie das Geld benutzt Ich verstehe aber Dass man glaubt Dass man das kann Wegen der radikalen Art und Weise Der Vertretung Wegen der In der radikalen Art und Weise Ihre Thesen zu vertreten Deswegen Kann ich zumindest nachvollziehen Warum man das sagt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal